Natürlich, wir proben immer so. Wir haben immer so die beiden Softboxen stehen, da vorne steht Reflektor. Immer einen Spot für die richtige Stimme. Irgendwann kam eine Nachricht von Robert, der meinte, ey Julia, ich war gerade im Theater. Es war total scheiße. Nein, es war super mittelmäßig. Nein, du hast geschrieben, es war total scheiße. Und im Endeffekt, lass mal was machen, was nicht total scheiße ist. Wir haben uns im Endeffekt in Edinburgh in eine Kneipe gesetzt, hatten einen riesen Wust an Papier vor uns, haben diese Texte durchsondiert und haben über die Texte selber gesprochen und hatten nach vier Stunden eigentlich eine fertige Dramaturgie. Und die steht eigentlich... Mehr oder weniger ist die noch genauso wie damals. Da hat plötzlich so alles zusammengepasst. Das war fast wie so ein magischer Moment in der Kneipe. Plötzlich alles funktioniert und man weiß gar nicht, das kommt gar nicht von einem selbst, sondern das passiert einfach. Auf dem Papier hat plötzlich alles Sinn ergeben, das war sehr gut. Ja und wenn das eine Ende weiß, dass es das andere gibt, heißt es ja noch lange nicht, dass das andere weiß, dass es das eine gibt. Verstehe. Und ich meine, das ist ja im Endeffekt die Texte, die wir geschrieben haben, das sind wir auf einem Stück Papier. Das sind unsere Gedanken, so wie wir sie jeweils denken. Und unsere Aufgabe als Regie ist es jetzt in dem Moment, diese Texte, die sehr, sehr wir beide sind, auf unsere Schauspielerinnen und Schauspieler zu übertragen und denen zu helfen, diese Texte anzunehmen und sich ein Stück weit zu eigen zu machen. Ich glaube, wir haben da wirklich zwei Mädels rausgezogen, die das verstehen, was wir wollen, ist das falsche Wort, aber was wir meinen und was in unseren Köpfen vorgeht. Die Mädels machen das einfach wundervoll. Die bringen so eine Energie mit, mit der man so gut arbeiten kann. Ich habe jetzt nicht dafür das Gefühl, dem Sinn, den wir am Anfang als Promisse vorangestellt haben, in irgendeiner Form näher gekommen zu sein. Nein, gar nicht, aber ich glaube, darum ging es uns auch. Das haben wir gar nicht versucht. Es ging uns gar nicht um die Antworten, sondern eigentlich um die Fragen, wie man die am besten formuliert oder wie man eben daran rangeht und was man damit macht im Endeffekt. Ich finde das Wort Realismus schwierig. Ich würde sagen, es ist eher ein Subjektivismus. Ne, echt ist auch echt authentisch. Das sind Worte, die ich ganz, ganz schwierig finde. Ich würde es als etwas sehr Subjektives sehen. Ich werde dir das reichen. Ich werde dir das reichen schreiben. Ich denke, dieses Wort Sinn, was wir am Anfang so vorangestellt haben, ich glaube nicht, dass es im Endeffekt das ist, worum es geht. Wir haben am Anfang, als wir diese riesige Dropbox einfach mit den Texten hatten, gesagt, okay, es geht um Selbstreflexion, es geht um Sinn, es geht um Existenzialismus und es geht um Identität. Ich habe gerade die Flasche runtergestellt. Continuity, sorry. Scheiß auf Continuity. Das kommt bitte unbedingt rein.